Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inflation Factory. Nein, herzlich Willkommen nicht zu Inflation Factory. Ja, herzlich Willkommen meine ich. Ja, genau. Über die ab. Auf jeden Fall... ...sind wir hier. Und... Gute Beschreibung, Rabe, sind wir hier. Ja, genau. Ich schau mir das mal kurz an. Also es funktioniert auf jeden Fall, da wird... Die Dinger werden hier so aufgestapelt. Sehr interessant. Ja. Ich weiß nicht wie viel ich brauche, ich mach einfach mal ein bisschen was. Ah, dieses Level in Inflation Factory. Okay. Ich frage mich wie viele Levels jetzt noch bekommen, aber ich bin in der Nähe des Endes. Und ja. Ich sollte es vielleicht langsamer zu Ende bringen. Vielleicht bekomme ich... Womöglich kommen wir auf die 200 Folgen. Okay. Das wäre eine gute Sache. Dein erstes Projekt mit 200 Folgen. Es ist auch mein erstes Projekt mit 100 Folgen. Ja. Okay. Das ist natürlich richtig. Was ist das eigentlich? Achso, das ist nur die Übertragung. Okay. Ja. Das passt. komm. Désads. Däng Mal. Däng Mal. Das sieht genauso. Mannen! cock. Einmal muehen. Und du schiezen die es. Was mit euch ist? Imgen auf der Seeisch seinen heal. So, leider wurde gestört. So. Wir brauchen verschiedene Dinge. Mhm. Ja. Ich weiß, was wir brauchen. Wird noch nicht so einfach, das zu bekommen. Oh, das ist aber traurig. Es würde sehr einfach werden, das zu bekommen. Schön wärs. Oh, Ansage, Ansage von Marvel in das Spiel. Was? Falten? Sache Steam. Ich bräuchte irgendwo ein Buffer oder sowas, der verhindert, dass die Boxen irgendwie irgendwo hinkommen. Also irgendeine Rücklage-Boxen müssen halt irgendwo verstaut werden und relativ schnell wieder hinterherkommen, falls die noch nicht da sein dürfen. Hm? Mhm. Mhm. Ja. 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 So, jetzt muss ich einfach nur Ach, falsche Richtung So, jetzt werden die Blöcke hier oben hingefahren und werden sich so aufeinander stapeln Na, okay, das Problem ist, dass die dann immer wieder in die nächste Reihe gehen Das will ich ja auch nicht So würden sie auf jeden Fall nachkommen, wenn es möglich ist So werden es halt nur, wenn ich halt nicht will, dass sie nachkommen, dann ist es schlecht Blöcke werden halt dauerhaft nach hinten gedrückt und das ist halt schlecht Na gut, ich glaube, ich kriege das aber trotzdem so hin So, wir müssen erst mal schauen, wie viele Blöcke ich brauche für einen Durchgang Also für einen Durchgang brauche ich auf jeden Fall nur die oberen Blöcke oder halt nur die unteren Blöcke, das heißt, ich brauche einmal ein 4x4-Feld, dann 234-Felder, dann nochmal vier einzelne Blöcke und dann nochmal vier 3x4-Felder, 2x4-Felder, dann nochmal vier 2x4-Felder Caek-Felder, dann nochmal vier 4 Primärfahrt, 4 вышاطkundes Link die blöcke das sind und zwar sind es also noch mal die 44 46 36 36 dann haben wir unten noch mal 4 8 12 das heißt ich brauche 8 was man gesagt 36 bis 12 kommen wir auf 40 48 gut das heißt wir waren 48 blöcke 48 48 geteilt durch 4 komme ich auf 12 ja das stimmt genau das heißt wir brauchen 12 rein dann haben wir schon für nutzbare rein das heißt wenn diese dreien so dumm an den eckenkanten stehen benutze ich vielleicht nicht okay das heißt benutze die zwei hier vorne nicht benutze erst ab hier das ist ab hier 12 rein also 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 müssen 12 sein oder machen wir einfach machen oder trennen es gleich in beides auf ich glaube ich glaube es ist da Wieder kann nur ne ungerade Zahl gelöscht werden. Ist sicher 12? Äh also jetzt 24 dann? 1, 2, 3. Ja. Okay, das passt tatsächlich. Ich wusste gar nicht, ich wusste nicht, dass es eine ungerade Zahl ist. Das heißt, 21 Blöcke werden gelöscht, wenn ich die Löschfunktion verwende. Sehr interessant. Ich baue die am besten hier hin. Und hier mache ich den Schutz, dass die Blöcke, die zu viel sind, nicht weiter gedrückt werden. Und zwar brauchen wir jetzt hier vier Pistons, damit wir die vier Blöcke runterschieben können. So. Letztes Mal habe ich mit dem gleichen System gearbeitet. Das ist ja denke ich auch ein ganz gutes System. Fünfmal günstiges System. Okay. Und jetzt müssen wir die verschiedenen Aktivierungs-Sachen machen. Und zwar wäre es nicht so klug, wenn ich hier die Pistons mache. Weil die Blöcke, die Plattform-Blöcke kosten nämlich nichts. Auch hier rüber haben wir so ein Plattform-Ding? Oh. Hier hören sie den besten Co-Kommentator noch immer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Nein, mehr oder weniger. Sie hören ihn nicht. Sie hören ihn nicht. Sondern sie... Oder was tun sie überhaupt? Na, ich will noch ein Wort und ich starte den Stream. Okay. Im Prinzip ist es ja eh die neueste Folge. Also ich weiß jetzt nicht so tragisch. Aber lass es trotzdem. Okay. Dann hör auf mit mich zu reden dann über meine Künstler als Co-Kommentator. Aber ich habe doch recht. Da unten? Musst du dir doch mal eingestehen, Halama. Du musst mir ja Wahrheit ins Auge blicken. Ja, aber guck mal. Das mit dem Stream, das ist ja auch keine Drohung. Das ist ehm... Ein Angebot. Mori ist weiter über mich. Ich war ganz im Team. Ach so. Das ist so. Warum? Die erste Hinserfolge ist aber scheißegal, ne? Ach, Shift war es. Ich habe vergessen. Dass man mit Shift ist so betaten. Sehr gut. Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Ich habe das Spiel zu sehen. Ich habe die nächste Woche. Ich habe mich schon mal angeschaut. Das ist so ganz einfach. Ich habe mir gerade die nächste Woche mit... ... Löschen zum Lenden. Ich versuche es. Was ist denn los? Und wie? Nix ist los. Das ist eben das Problem. Nix ist los. Es gibt nichts, woran man nachdenken kann. Nichts, woran man sich unterhalten kann. Einfach nix. Vielleicht. Kann ich natürlich auch nicht helfen. Als würde ich Hilfe gebrauchen, Alter. Hashtag Marvin, Hashtag Zukunft, Hashtag McDonalds, sage ich dazu nur noch. Alter. Machen wir was so? Hast du eigentlich mittlerweile eine Akkreditierung von Keymailer bekommen? Nö. Ich auch nicht. Willkommen im Club. Das ist halt gar nicht mehr so geschaut. Das könnte sein, aber ich habe mich gar nicht mehr eingedrückt. Ich habe vergessen, wie ich meine... Da hättest du eine E-Mail. Da hättest du aber eine E-Mail davon erhalten. Nein, aber ich habe keine E-Mail erhalten, also nein. Siehst du? Sehr gute Seite. Sag ich dazu nur. Wie gesagt. Wie gesagt. Das heißt, so ein Typ bestellermäßig dauert so zwei Monate, bis sie damit fertig sind. Und wir sind jetzt bei der E-Mail ist ungefähr einen Monat. Wir müssen uns dann noch einen Monat gedulden. Oh. Wartespaß. Todspannend? Und jetzt. Wenn ich das warte mal in meinem Leben, schon genug. Okay. Okay. Ja. Also meine Akkreditierung habe ich nicht, aber dafür etwas, was ich nicht einmal verwendet habe, habe ich. Hä? Wo ist da noch die Logik? Gute Frage. Weißer, das ist passiert. Die haben ja so ein extra ähm, äh, Ding da. VR verifiziert. Halt, um Leute zu verifizieren, die VR verwenden. Und ich habe noch nicht einmal VR verwendet, weil ich ja noch nicht mal die Vibe da habe. Aber VR verifiziert, da steht ja. Was? Wo kommt das her? Immer Screenshot. Screenshot. Nein, einfach raus und nicht mal. Alles gut. Ich glaube, es ist auch so. So, das schicke ich dir zu. So. Da, schau einfach mal um. Ach, Mann. Nicht mal so unnötig. Wird unhoffen für alles. Geht darüber, was für ein Co-Kommentar zu euch bin. Los, Mann. Ich will aber nicht, dass es schon wieder ein Streamstart ist. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ehe, vault, so war es wert. Hahaha. Ha, ha, ha. Elon was ist. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass der einen Stream startet. Hat auch schon mal Bridge Constructor gemacht. Nur weil ich gesagt hatte, er hat das ja, ohne, äh, eh, ja, sage ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob wir das auch zählen. themm neu. Okay. Sollte funktionieren soweit. Sollte funktionieren. Aber es braucht hier aber so einen Schutz, dass hier nichts rausfährt, was schon draußen ist. Das heißt, ich muss das hier kürzer machen. Das heißt, ich muss das hier länger machen. Das hier muss ich ein bisschen ändern. So. 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 ach das fährt gar nicht aus weil der verbunden ist jetzt sehe ich das jetzt sehe ich das ja den pferde aus sehr gut weg sehen wir uns das mal an was es braucht ein bisschen bis es alles vorgeschoben ist aber er sollte gleich soweit sein Ja, sieht alles gut aus. Funktioniert. Auch dieses Stausystem ist gut, es ist sehr gut. Okay, weiter geht's. Aber erst in der nächsten Folge, die hier ist schon voll und ich habe erst dieses Vorsystem gemacht. Okay. Nächste Folge geht's weiter mit InfineFactory. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.